Hm, wie war das damals noch, als ich einen Walkout gezogen habe in einem Freepack und mir kein Intro eingefallen ist? Wir haben wieder ein Free-Set, deswegen versuchen wir doch einfach nochmal unseren Glück und vielleicht bekommen wir wieder Walkout. Jetzt ist es ein Monster Match, komm mal, let's go, das erste Pack öffnet sich und es ist kein Walkout, aber was ist da drin? Im ersten Pack und es ist drin, Gritschowiak, oh meine Fresse, Leute. Und damit herzlich willkommen und was geht ab, meine lieben Freunde, zur zweiten Pack-Opening der Wants-to-Watch-Serie. Ich habe euch am Samstag in meinem Video gefragt, wo ich die ersten Wants-to-Watch-Spiele aufgemacht habe, wo ich jetzt in die Infobox verlinke, wenn ihr das Video noch nicht seht habt, klickt es euch unbedingt rein. Ich habe euch dort gefragt, ob ich nochmal ein paar Packs aufmachen soll und ihr habt es mit 100% abgestimmt, dass ich nochmal ein Packs öffnen soll. Und ja, ich habe jetzt das erste Pack geöffnet, wir sehen uns auf jeden Fall bei dem ersten Team, wenn ich das absende, Leute, bis gleich. So Leute, ich bin wieder da und ich habe das Team fertig gebaut. Ja, nichts Besonderes, ich zeige euch trotzdem einfach mal kurz und wir schicken das Team ab. Bamm, wir erhalten unser erstes Pack, was war das jetzt für ein? Bamm, ich bin schon wieder so gut drauf. Und ja, Leute, wir sehen uns auf jeden Fall, wenn ich das Pack öffne, wieder, bis gleich. So, ich bin im Shop angekommen und vielleicht haben wir jetzt endlich mal ein bisschen Pack-Clack, was heißt ein bisschen Pack-Clack? Wir haben in dem Video zuvor mal ein E-Gezogen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, wie gesagt, unbedingt auschecken. Ich habe es ja in der Infobox oben verlinkt. Und ja, jetzt schauen wir, was wir drin haben. Walkout ist sehr unrealistisch, bin ich ganz ehrlich, aber Kante gibt es ja auch noch, den habe ich noch vergessen, das wäre mega nice. Und come on, let's go. Kein Walkout. Und wen haben wir drin? Come on. Stunts. Oh mein Gott. Wir sehen uns gleich, Leute. So, Leute, ich bin fertig mit dem Team und ja, wieder nichts Besonderes. Weg mit der Scheiße, wir sehen uns im Store wieder, Leute. Bis gleich. Leute, ich bin wieder da und ja, ich mache jetzt mal ein, wie machen die das immer? Ein Dreh-Pack, ich drehe mich einfach mit Stuhl um. Ich tue mal mein Mikrofon weg, dass es nicht umkickt. Pass auf, ich mache jetzt das Pack auf und ich drehe mich. Also, das ist kein Wort, das haben wir schon gehört. Geitan. Geitan, den hatten wir zuvor auch schon. 85 die Gesamplewertung, das heißt, wir müssen nicht so viele Spieler verwenden mit 82. Wir sehen uns beim nächsten Pack wieder, Leute. Bis gleich. So, Leute, ich bin fertig mit dem nächsten Team, beziehungsweise ich habe das nächste Pack jetzt im Shop. Und ja, come on. Letztes Mal haben wir jetzt beim vierten Mal Warni gezogen, im letzten Video. Also, wir haben zuvor auch den Showback uns zu uns gezogen. Vielleicht ist das ein gutes Zeichen. Ich habe eine Idee, ich mache jetzt die Augen zu und tue meine Koffe herunter, dass ich auch nicht höre, wenn es ein Walkout sein sollte. Und bam, come on, let's go, come on. Es öffnet sich das Pack. Es öffnet sich, es ist, glaube ich, kein Walkout. So, ich mache es für euch, let's go. So, ein Walkout. Sag dazu nix. Okay. So, Leute, ich bin beim nächsten Pack angekommen und ja, meine Laune ist mittlerweile schon ein bisschen am Tiefpunkt, weil die Packs waren echt scheiße. Ich mache jetzt mal einen Liefer-Room-Pack, okay, Leute? Also, ich gehe jetzt auch in mein Zimmer raus und ja, so, wir sehen uns gleich wieder, Leute. Bis gleich, come on. Und dann haben wir drin. So, Leute, ich glaube, ich mache noch einmal die Challenge und dann habe ich keinen Bock mehr, hey. Und Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bis gleich. Beziehungsweise beim nächsten Pack bis gleich. So, Leute, wir sind jetzt bei unserem Final-Pack angekommen und hoffen, dass es etwas Gutes drin ist, wenn wirklich etwas Beschissenes drin ist. Dann mache ich vielleicht unter der Woche nochmal ein Pack-Operling, aber schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Wie, je nachdem, wie das jetzt bei euch ankommt. Und ihr könnt sehen, wir haben zuvor Munning gezogen, die Sölfen, also das ist so gut, um wieder zu ziehen. Come on, let's go. Boah, ich habe vor kurzem gedacht, dass das ein Walkout ist, Alter. Es gibt's nicht, Leute, es gibt's nicht, es gibt's nicht, es ist ein Fehler, es ist ein Fehler, Leute. Nein, Leute, nein, mein Bäcker, ich sag gar nichts mehr. Leute, 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 nein, nein, es gibt, nein. Nein, 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 es kann nicht wahr sein. Alter Schwede, was ist mit meinem Pack-Lock los? Ich ziehe einfach den Bille im letzten Pack auf Ansage. Der ist heftiger als Mane, Alter, ohne Schmarn, Jungs. Jungs, das ist einfach so krass, unser Pack-Lock ist ohne Scheiße. Nee, ich bin so sprachlos, ohne Witz. Ich spiele zwar, ich habe diese Woche so scheiße Food Champions gespielt, Aber unser Packlack, das ist einfach unmenschlich, das ist unglaublich, das ist unglaublich, das ist unglaublich, ich kann es immer noch nicht fassen, ey, das gibt es nicht, ich glaube, der ist über 200k wert, der Typ, ohne Scheiß, Leute, fickt mein Leben, sorry für den Ausflug, aber Nein, dann wird er wieder ein bisschen wert, Bruder Ach du Scheiße 200k 200k Alter Leute, Leute, das ist nicht wahr Alter nein, alter nein Alter, der ist 200k wert, der Typ Er ist 200k wert Alter, der wird in Form nochmal kriegen wird, bzw. der bekommt einen Winterupgrade, auch mal Ich bin einfach raus, ey, ohne Scheiß, ich verschluck mich schon, ey, oh mein Gott, Leute, mir fehlen wieder die Worte, ich kann wieder gar nichts dazu sagen, ohne Schmarrn, unser Packlack, ich weiß auch nicht, also, mir fehlen die Worte, ohne Schmarrn, wenn es so weitergeht, dann kommt irgendwann noch Messi, Ronaldo, weißt du, der toll wird, ich wollte Ich kann wieder sagen, kommt immer noch mal, ich weiß auch nicht, wenn es so weitergeht, dann haben wir auch schon so, übrigens, linkt hier in der Infokarte oben, oder hier oder hier, keine Ahnung, scheiße, man ey, oh mein Gott, der ist so krank, Leute, ich hoffe, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen, dass wir am Anfang das nicht ganz wieder ganz reden, ich bin wieder richtig auftreten, weil ich so ein Geist wieder zu machen, Leute, wenn ihr meinen letzten Seefeld-Wilo noch nicht gesehen habt, die ihr gestern online kamen, unbedingt abchecken, hierhin verlinke ich euch jetzt auch in der Infokarte, und wieder Packlack am Start, ich kann das einfach nicht fassen, man, so geil, Leute, so, so geil, ähm, ja, wenn ihr noch auf meinem Kanal seid, würde es mich riesig freuen, wenn ihr mir ein Abo da lässt, ähm, ich glaube, ihr kommt jetzt noch hier oder hier zum letzten Video hin, ähm, ja, Abonniert nicht vergessen, da mit nach oben, würde mich riesig drüber freuen, und, ja, Leute, wir sehen uns unter der Woche zu Cristiano Road to a Champion, euer Fabi ist raus, bis dann, und ciao, Leute!